So, moin Leute, ich hoffe alles ist drauf, hoffentlich bin ich drauf. Ich wollte eigentlich cooles Feuer machen und dazu reden, aber wie ihr seht, hat so semi geklappt. Ich wollte euch auch eigentlich nur einen guten Rutsch wünschen. Wieder mal danke für den ganzen Support im Dezember, ne. Genauso wie letztes Jahr, noch nie ist mein Kanal so schnell und so weit gestiegen. Wir haben sogar an den 1000 Abos gekratzt, fand ich krass. Und ja, ihr könnt jetzt natürlich den Kodama hinter mir nicht sehen, so wie letztes Jahr. Alles zu dunkel, aber bevor mein kümmerliches Stück Holz hier jetzt auch aufhört zu brennen, würde ich mal sagen, guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Haut rein, Leute. Tschö.